Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Zu Beidu's Gate, der N.H.Z. Edition. Und hier sind alle etwas müde. Okay, wir haben jetzt in der letzten Folge Krill besiegt. Gut. Eine Frau braucht ihren Schönheitsschlaf. Äh, wie kommen wir da unten hin? Oh. Da waren wir gar nicht. Dann gehen wir erstmal da hin. Vorausgesetzt, wir kriegen unterwegs keinen unliebsamen Besuch. So, aber hier ist nichts gewesen. Oh, doch, hier in der Felswand war was. Oh. Sternsaphir ist immer gut. Iol. Dein Ring. Feuerschutzring. Batalistas Ausweis. Feuerwiderstand. So. So. Ach nee, Safarne hat ja unsere Edelsteinchen. So. Das Amulett, das konnten wir noch nicht identifizieren. Nein. Gut. Dann bleibt das erstmal bei Nera. Den da hatten wir schon identifiziert. Ja, den Prinzenring. Gut. Das kam mir gleich irgendwie seltsam vor. So, das heißt, wir können noch den Abschnitt entdecken. Dann geht es wieder zurück in das Gebiet, wo wir rausgekommen sind, nachdem wir die Naschkelminen gesäubert haben. Wir sollten hier Halt machen. Ihr wirkt müde. Ah, und hier waren Nena und Samuel. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also bitte einen Moment inne, edle Wanders, Leute. Verzeiht mir mein Aussehen, aber ich laufe jetzt schon seit mehr als einer Woche durch die Wildnis. Sie müssten mir helfen. Mein Freund ist schwer verwundet und er stirbt. Wenn ihm nicht bald jemand hilft, bitte helft uns. Wer ist dieser Freund? Er heißt Samuel. Werdet ihr uns helfen? Ja, wo steckt er denn? Da ist er, auf dem Boden. Das ist Samuel. Er ist krank, schluchzig. Weiß nicht, wie lange er noch zu leben hat. Könntet ihr ihn freundlich... Könntet ihr ihn... Könntet ihr... Könntet ihr ihn in den freundlichen Arm bringen? Wenn ihr ihn zu Galena Spiegelschatten im Tempel der Weisheit bringen würdet, könntet sie ihm helfen. Könntet ihr das bitte tun? Wir bringen ihn zum Tempel der Weisheit, aber nicht umsonst. Alles, was ich besitze, ist dieser Ring. Reicht das? Hier, nehmt ihn. Ja, ist genug. Danke, tausendmal danke. Seid vorsichtig, wenn ihr ihn aufhebt. Bringt ihn bitte sofort in den Tempel. Ich weiß nicht, wie lange er noch zu leben hat. So. Das ist der Körper von Samuel. Und ja, sie kriegt uns einen einfachen Jade-Ring. Gut, das heißt, wir werden als nächstes erstmal in den freundlichen Arm zurückgehen. Und dort Samuel abgeben. Weil Dawn den nicht die ganze Zeit mit sich rumschleppen möchte. Würde ich ihn schon murren? Ich muss gerade an mein erstes Let's Play denken, wo ich noch mit diesen Sprechblasen da in der YouTube-Kommentierung Effekte reingebaut hatte. Wenn ich das noch könnte, würde ich jetzt Dorn eine Sprechblase mit einem Grummel verpassen. Hi, wer bist du? Höhlenbeer. So, wir haben keine Heilung mehr, oder? Wie kann ich helfen? Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ach, Kreischlinge. So. Jetzt konnten wir einen Quick-Safe machen. Da ist jetzt irgendein Buff oder Debuff von unseren Leuten noch abgefallen. Noch mehr Kreischlinge. Oh, ein großer Haufen Kreischlinge. Da war ja auch hier ein Haufen Knochen rumliegen. Wahrscheinlich vom Kreischlingen zernaht. Ja, Mensch, aber natürlich, Schätzchen. So. Ja, wie ihr wünscht. Noch mehr Kreischlinge. So, das war's jetzt aber mit den Kreischlingen und auch mit dem Weg hier. Können wir die Karte hier verlassen? Ja, können wir. Ja, gut, dann heißt es erst mal in dem freundlichen Abend. 40 Reisestunden. Ja, Samuel und Lena. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Glitzergoldsauge möge über euch auf euren Reisen wachen. Er sieht so aus, als hättet ihr jemanden bei euch, der schwer verwundet ist. Kann ich etwas für ihn tun? Dieser Mann heißt Samuel. Wir wurden gebeten, ihn zurückzubringen. Große Güte, das ist Samuel. Sein Zusatz ist sehr schlecht. Ich bin froh, dass ihr ihn zu mir gebracht habt. Sein guter, junger Mann. Warum hat er sich bloß von Lena überreden lassen, aus der Faust zu desertieren? Aber was soll's, da kann man nichts mehr dran ändern. Ganz im Gegensatz zu seiner Gesundheit. Hier, nehmt als Tank für euren Dienst ein paar Tränke mit auf den Weg. Okay, jetzt. Jetzt ist unser Beruf ein bisschen zu gut. Und ein Heldentrank, hm, nicht schlecht. Und ein Heilungselixier. Ab in die Tranktasche. Ja, wie von Lena gewesen sprachen wir Samuel jetzt zum Tempel der Weisheit. Wie kann ich, ihr braucht, nur zu fragen. Glitzergoldsauge möge über euch auf euren Reisen wachen. So, einmal. Was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Ihr braucht, nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, müssen wir demnächst mal wieder was tun, was unseren Ruf verschlechtert. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dafür schlafen wir mal königlich. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass es ein Fehler sein könnte, andere auf eure Mission mitzunehmen? Jemand könnte euch verraten? Wer auch immer mich hintergeht, stirbt. Muss ich anfangen, mich euren Wegen zu sorgen, Dawn? Gibt es jemanden, den ihr verdächtigt? Muss ich mich anfangen, mich euren Wegen zu sorgen? Ihr könnt euch auf mich verlassen, solange eure Führerschaft stark und bestimmt bleibt. Niemand hintergeht mich und lebt. Wer sollte mich verraten? Ich bin doch so liefenswert. Gibt es ja auch jemanden, dem ich nicht trauen kann? Äh. Wer sollte mich verraten? Nein, ich bleib bei Dawn lieber ernst. Der frisst mich sonst mit Haut und Haaren, so wie er aussieht. Wer könnte mich verraten? Wer hat mir fragt? Ja. Hört nicht darauf, was dieser Grobian sagt. Ihr wisst, dass ihr mir vertrauen könnt. Äh. Selbst wenn dem so ist. Ihrer unbändigen Magie könnt ihr nicht vertrauen. Okay. Die oberflächlichen Bewohnern vertraut meinem Volk sowieso nicht. Die Drow dient nur ihrer dunklen Göttin. Okay. Es ist mir egal, was ihr sagt. Der Zwerg liebt nur das Gold. Jeder kann ihn kaufen. Mhm. In der Regel vermeide ich die Versuchung, meine Gefährten zu verraten. Es sei, ich kann ihr nicht widerstehen. Sie manipuliert Männer mit ihren weiblichen Reizen. Sie ist nicht vertrauenswürdig. Mhm. Seht ihr nun, dass ihr selbst jenen, die euch nahe stehen, nicht trauen? Das sind trostlose Aussichten. Ihr wart schon vor Simeon allen gegenüber misstäuscht, oder? Ihr habt recht. Niemand ist vertrauenswürdig. Nehmen wir mal die zwei. Ich schöpfte bei Simeons Bande nicht genug Verdacht. Sie verbargen ihren Hass auf meine halborkische Abstammung und machten mich glauben, sie wären meine Freunde. Ich werde nie wieder einer derartigen Selbsttäuschung unterliegen. Ich bin euer Freund. Wir müssen keine Freunde sein, wir müssen einander nur vertrauen. Gut, ich tue keine Namen in meiner Gesellschaft. Nehmen wir mal die zwei. Weil ich mich jetzt ihm hier anbiete, damit ich bin dein Freund. Ich glaube, erstens würde er darauf nicht eingehen. Und zweitens passt das irgendwie nicht zum Charakter. So, wir verlassen den freundlichen Arm wieder. Nachdem wir gerastet haben, einigermaßen fit sind. Geht es jetzt in das Gebiet, aus dem wir geflohen sind, nachdem wir aus den Naschkeller Minen entkommen sind. Der Naschkeller, ja. Also hier hin. Und dann hier rum. Und dann zur hohen Hecke noch das Hühnchen. Wobei, gehen wir erstmal das Hühnchen ab. Das liegt nämlich auf dem Weg. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Fress, brenne nicht! Oder ein vielleicht fastigen Ton! Ich bin euer Veteran. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. So. Gut. Geld, 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 Geld. Wiegt, wie ihr wünscht. Keine Ahnung, warum das Ding die hohe Hecke heißt. Also ja, es ist eine passable Festung. Aber ich keine Ahnung habe, wie man die Festung betreten könnte.